Hallo hier bei Justins Wetter. In diesem Video schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die möglichen Unwetter in den kommenden Tagen. Wir schauen jetzt nur bis zum Sonntag, also nicht darüber hinaus, also schauen wir auch nur auf die Niederschlagsmengen bis zum Sonntag. Das ist jetzt ein kurzes Update noch, wie gesagt, für die kommenden Tage. Und wie gesagt, Deutschland, die haben heute im Eishockey 8-1 gewonnen und da habe ich danach jetzt noch die Zeit gefunden, dieses kurze Update aufzunehmen. Legen wir los. Schauen wir dann jetzt auf den 16.05., also den morgigen Donnerstag. Das wird doch der Hauptgewittertag werden. Da werden wir dann doch in diesem Bereich mit kräftigen Gewittern bzw. Unwettern zu kämpfen haben. Daneben mache ich jetzt mal dieses Ausrufezeichen. Das steht jetzt für diese mögliche Gefahr durch den heftigen Starkring und die Sturzfluten. Aber das ist dann noch nicht das Größte, was dann davon zukommen wird. Es geht dann noch weiter, aber da schauen wir gleich drauf. Wir schauen erstmal noch auf die Cape-Werte und die sind dann doch hier im Westen und Südwesten leicht bis mäßig erhöht mit Werten zwischen 200.000 Kilojoule. Also im Westen und Südwesten, teilweise auch im Süden, kann sich dann doch mal ein bisschen Energie durch die mögliche Sonneneinstrahlung aufbauen. Und da werden sich dann doch, wie gesagt, diese teils kräftigen Gewitter bilden, die kaum ziehen werden oder fast an Ort und Stelle stehen bleiben werden. Aber da wird dann, wie gesagt, einiges auf uns zukommen. Jetzt blicken wir auf den Freitag und da schauen wir auf die Wetterlage für Mitteldeutschland und für Deutschland. Und da sehen wir dann doch hier diese beiden Tiefs, die ich jetzt hier mal eingekennzeichnet habe. Mit diesen beiden Tiefs müssen wir dann mit diesem Starkregen, wie gesagt, in einem großen Bereich hier im Südwesten, mit einem großen Bereich hier im Bereich, wie gesagt, dieser Tiefs rechnen. Also im Großen und Ganzen in diesem Bereich müssten wir dann doch mit den heftigsten Starkregenfällen durchaus rechnen. Schauen wir dann jetzt auf den Freitag im Morgen und da werden sich dann hier im Südwesten diese kräftigen Regenfälle bilden. Und da kann dann doch am Anfang auch nochmal das ein oder andere durchaus kräftigere Gewitter mit dabei sein. Und dann schlängelt sich schon so eine Niederschlagsschleise teilweise bis nach NRW hoch. Auf der anderen Seite hätten wir dann auch noch einzelne kräftige Schauer hier Richtung Südosten. Und das Ganze verlagert sich dann weiter Mitte diesem Tief hier Richtung NRW und das kann dann doch, wie gesagt, kräftig aus Eimern schütten. Vor allem einmal rund um dieses Tief müssten wir dann doch mit den kräftigsten Niederschlägen durchaus rechnen. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch hier ein kräftiges Niederschlagsgebiet oder kräftige Schauer und Gewitter. Und hier dann jetzt dieses wirklich sehr, sehr kräftige Niederschlagsgebiet am Freitag. Das wird sich dann wohl weiter nach NRW verlagern, legt sich dann so Richtung West nach Ost, weiterhin mit diesem Tief hier. Und zusätzlich, wie gesagt, dieses kräftige Niederschlagsgebiet bringt dann auch nach dem aktuellen Eikenmodell in Süd- und West-NRW teils kräftige Niederschläge. Vorderseitig würde dann noch vielleicht das ein oder andere Gewitter in NRW durchziehen. Und auf der anderen Seite hätten wir dann auch noch hier am Abend teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Hier steht jetzt Abena, aber ich meine Abend. Blicken wir dann jetzt noch zum Schluss auf den Sonntag. Und am Sonntag werden wir dann weitere Schauer und einzelne Gewitter bekommen. In diesen beiden Bereichen wäre das dann so gut wie möglich. Und Richtung Süden, wo es den ganzen Regen gegeben hat und Südwesten, wird es dann wohl etwas trockener bleiben. Hier Richtung Südwesten kann man aber trotzdem mit dem einzelnen Schauer bzw. Gewitter durchaus mal rechnen. Die Cape-Werte dazu jetzt am Sonntag sehen wie folgt aus. Und da haben wir fast in ganz Deutschland erhöhte Cape-Werte mit Werten zwischen 300 und 1000 Kilojoule. Man sieht hier im Nordwesten deutlich erhöhte Cape-Werte. Aber auch hier Richtung Sachsen, Bayern oder eher gesagt Ostbayern hätten wir erhöhte Cape-Werte. Und dann hätten wir so eine Schneise, wo die Cape-Werte fast gar nicht vorne sind. Einmal hier wohl vom Saarland von Luxemburg bis sich nach Nordostdeutland erstreckend, also so Richtung Rostock, hätten wir auch eventuell sehr, sehr geringe Cape-Werte. Zum Schluss schauen wir noch auf die Niederschlagsmengen und wie gesagt sind die bis zum Sonntag. Hier jetzt nach dem Eiken-Modell, hier steht EZMWF-Modell, der nächste Fehler habe ich jetzt hier eingebaut. Aber da sieht man dann doch, dass hier teilweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter aktuell berechnet werden in diesem Bereich. Und zusätzlich muss man sagen, dass der Nordosten weiterhin sehr, sehr trocken bleiben würde. Hier würde fast gar nichts an Niederschlag vom Himmel kommen. Da sieht man dann doch hier so eine Zone, wo es Richtung Südwesten viel Niederschlag gibt und Richtung Nordosten sehr, sehr wenig. Das war es jetzt mit diesem Update und wir beenden dieses Video auch wieder mit diesem wunderschönen Hintergrundbild. Ich würde mich freuen, wenn ihr liken und abonnieren würdet. Wir sehen uns dann zur nächsten Wettervorsage, wenn ich es schaffe, morgen früh, sonst wieder morgen Mittag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder einschalten würdet. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao.